Diese Kombination Stahl-Holz war Ihre Idee? Genau, das war eine von unseren Ideen. Wir sitzen uns dann immer gemeinsam zusammen wie am Stammtisch und da werden die neuen Ideen besprochen. Also ob das auch tauglich ist für eine Küche, ob das im Wohnbereich einsetzbar ist, ob das auch robust genug ist, zum Beispiel wie der Granit, was einfach ideal ist für eine Küche, da wo man drauf schneiden kann, da wo man die heißen Platten drauf stellen kann und das was einfach unverwüstlich ist, das Material.